Der erste Mal, die Leute sagen, wir kommen so und so und sie sind glücklich und viele helfen. Die Leute arbeiten immer. Das gefällt mir immer Arbeit, immer Schafe. Früher habe ich gearbeitet und jetzt habe ich Arbeit. Ich bin besser jetzt. Ich mag die Arbeit hier und ich freue mich, dass ich bei Hermes arbeite. Aber ich war ein Soziologe. Ich brauche die Sprache 100 Prozent. Ich habe auch Ausbildung mit der Elektronik gemacht. Sieben Jahre. Meine Abteilung war Handys und Laptop reparieren. Bei Hermes kann ich als Techniker arbeiten. Das ist viel besser für mich in Zukunft. Und ich glaube, dass ich das machen kann. Aber ich muss warten. Immer. Für die Leute, die glauben, wir kommen in diesem Land zu zerstören. Ich will nur sagen, dass wir eine Kultur und sie haben eine andere Kultur. Aber wir kommen natürlich nicht zu zerstören. Ich kann nach Deutschland nur die Sicherheit finden. Wenn ich fühle, dass Syrien die Sicherheit ist, dann will ich nach Syrien zurückgehen. Das Leben gefällt mir, hier zu sein. Und Deutschland gefällt mir. Ich will bleiben hier, weil es ein gutes Leben ist. Ich will arbeiten. Ich will noch studieren oder machen Ausbildungen. Erleben so für diese Leute. Ja. Ich will nur einfach leben. In Zukunft wird Deutschland mein zweites Heimatland. Ich glaube das. Und ich hoffe das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.